ARD Text im Auftrag von Funk Die Pulder, die Pulder, die Pulder, die Pulder Das habe ich da getrunken Oh oh, das wäre nichts für mich diese Stelle Absolut nicht Was du da getrunken hast Ich weiß es nicht, aber du hast auf jeden Fall Barbie gespielt Ich doch nicht Ich würde auch niemals mit einem Auto irgendwie random durch eine Stadt fahren Und gegen jedes zweite Auto prall Nee Drunk Drivers Drank and drive is safe Oh, das macht Spaß Oh mein Gott DJ Hey DJ, turn it up DJ, put it back on Oh oh Ich höre solche lustige Geräusche Ich habe immer noch was im Mund Oh Jetzt habe ich wahrscheinlich 3000 Sachen übersehen, aber ich kann ohnehin nicht mehr zurück Ich habe schon wieder... Nein, nein, ich habe nichts gehört Ich habe nichts gehört Ich habe nichts gehört, ich habe nichts gehört, ich bin nicht verrückt Ich höre Stimmen Nein, ich höre eine Moon Die Stimmen sagen, ich spiele die Flöte Ach, Menno Oh, scheiß Pinguinen, weißt du nicht, dass Helikopter Vorfahrt haben? Vorflug Wohl eh So Einen, den wollte ich noch mitnehmen Oh, die Vögelchen Die wollen doch noch... Wo ist das Vögelchen? Da ist das Vögelchen Nein Jetzt behauptet ich mal Auf diesen... Dingens Ah, nein 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 Oh Gott, das war jetzt einfach Als wäre dein größter Traum in erfüllung gegangen Was? Es war so wunderschön Ich habe noch nichts Ich hab's für anderes in meinem Leben gesehen. Boah. Brrrring. Brrrring? Ja, spring doch! Oh-oh. Tür. Und in der Gelände. Fuck, ne Scheiße, ey. Mann, ficken, ey. War ich grad so gut, ey. Und dann die... Millimeter in Abgrund hin, nur weil der olle Schneemann meint, ne, hier, du fliegst jetzt mal. So is it. Können wir jetzt nicht gleich Ski fahren, oder so? Oh, jetzt ist hier eine Runde... ...würfel ich da runter. Ja, wo bleibt denn bitte das EU? Weiß ich nicht. Wieso denn? Ach, findest du's nicht eklig, wenn man Schneemänner anlegt? Es ist Schnee. Nicht Barbie. Ja, manche pinkeln ihren Namen in den Schnee. Oh Gott. Dann guck ich eben vorher nach, wo ich... ...niegelb. ...niegelb. Kann ich die Pinguine gar nicht fressen? Nee. Ist das irgendwie ein Gesetz, dass man Pinguine nicht essen darf? Ja, aber Affen schon. Was hab ich da eingeführt? Boah. Ja, jetzt darfst du Ski fahren! Go, go, go! Echt? Ja! Ja, so cool! Wie ist das? Kann ich da zu ihr reingehen? Ja. Erst würde ich den Vogel fressen. Ohhhh. Go, go, go! Die Mütze, die Mara fährt! Oh-oh, das war dieses Sieg! Oh Gott. Ich kann das nicht! Oh-oh. Mami! Äh, Anni! Nicht Mami! Konzentration! Konzentration, Baby! Food! De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-dee-de. U-oh-ah! Good job! Ich find das viel cooler, wenn man als Schneeball hier runter rollt. Ja, dann, lass dich mal treffen. Ne, nachher fall' ich hinab und... Aus dem Griff, Baby. Sind das Vogelsklette? Ja. Sind dann schon aus der letzten Welt vorgegriffen. Yay! Juhu! Good job! Was dürfen Sie denn? 98 Punkte. I'm sorry. Natürlich kriege ich das Bonusspiel. Ja. Aber ich finde es allmählich auch ungerecht. Ja, ja, das sagst du nur, weil ich Barbie bin. Und so Pommesbeine habe. Baby! Baby! Du bist doch gar nicht Barbie. Barbie hat dir nur immer eine Grußkarte geschickt. Ah, ja, stimmt. Und Steffi. Aber ich bin so... Was habe ich jetzt überhaupt für ein Spiel? Keine Ahnung. Ich habe jetzt so ein Dingens... Alles selber wie vorhin. So, ich probiere es nochmal. Mhm. Kannst auch jetzt schon aufhören und nur die Melone nehmen. Ja, aber wir brauchen mal zwei Melonen. Ich bin für rechts unten. Hier. Aber du musst ja nicht auf mich hören. Das hat ja vorher nicht so gut funktioniert. Zwei Melonen! Ja. Ich habe zwei Melonen. Und die... Na, endlich! Ja, Männer haben auch ein Recht auf Melonen. Ja, was soll ich tun? Weiter Risiko? Wenn du weitermachst, wäre ich für rechts Mitte. Ich glaube, das ist... Da habe ich ein ganz schlechtes Gefühl mit der Karte. Deswegen nehme ich sie. Okay. Ich sage rechts oben ist Kamek. Hier? Mhm. Dann nehme ich die. Haha. Äh. Du sagst rechts oben ist Kamek. Dann kann ich ja jetzt eigentlich bis zum Ende weiterspielen. Manchmal gibt es zwei. Glaube ich. Echt? Wobei, wenn es so viele von diesen Helfern dann gibt. Äh, ich... Ich nehme die. Oder die? Welche von den beiden würdest du nehmen? Pink oder grün? Grüne. Warum hörst du auch auf mich? Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Ja. Wir werden es nie wissen. Oh Gott. Was habe ich eigentlich immer... Äh, okay. Ja, dann kommt es zu... Poltergeist. Und ich sterbe. Und das ganz oft. Möbius. Finde ich cool den Namen. Ich glaube, ich gucke mal, ob der bei YouTube schon vergeben ist. Damit würde ich sogar meinen Namen Scheinspark hergeben. Uh, will den jemanden haben. Die... Oh. Oh, oh. Da brauchst du... Da musst du, glaube ich, ein Dinges einsetzen, oder? Was? Äh, so ein Sternendings da, was das Ding kaputt macht. Aus deinem Menü. Gernendings da. Oder ein Pau-Block. Irgendwie was, was das... Was macht der Pau-Block eigentlich? Macht der alle Gegner kaputt? Ich schätze, ja. Ich probier's einfach mal. Uah, so. Dich will ich. Ich will dich. Yay! Dann bin ich gut. Ähm. Halte die Select-Tasse gedrückt und gib XXYBA ein, wenn du in der Karteikarte bist. Ist das die Mappe draußen? Also, die Map? Ich weiß es nicht, die Map oder das Pausen-Menü? Als Select gedrückt, halte XXYBA. Merkst du dir das? Schreib's dir auf. X... Doppel X... Y... X... Y... B A... Okay. X... Y... B A... Hheh. Hheh. It's hard to stay at the YMCA. Shit! It's hard to stay at the YMCA. Sie? Ich bin hierfür bin ich nicht hineingegangen. Das ist ja... Den Cheat kann man genauso gut auf jeder Seite. N'egal. Ja, probier doch mal im Pausen-Menü. Also SELECT gedrückt halten? Ja, X... Achso, warte mal! Ich weiß ja gar nicht, wo bei mir XX... wo das ist. Das musst du dann nachher machen. Ja, okay. Immer darf ich das machen. Und bis ich das herausgefunden habe... Oh. Fuck. Oh! Oh! Was ist... Was spürst du so? Ich komme da jetzt nicht mehr runter. Oh! Go away! Arme Tropfen! Woah! Woah! Da guckt er drückt! Geh weg hier! Ne! Was hast du denn du vor? Ich will diese Münze! Oh! Jetzt ist da eine Wolke und du hast keine Eier mehr. Oh well! Eier! Ist doch alles da! Oh! Wow! Ich dachte nicht, dass man so leicht an eine Wolke einfällt. Aber okay! Barbie kann auf jeder Wolke schweben! Ah nein! Blah! Wenn ich schon mal da bin. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl hierbei. Ist doch nur Spike! Spike muss ich immer an ein Land vor unserer Zeit denken. Welcher ist noch mal Spike? Der verfressene Stegosaurus, mein Lieblingscharakter. Hm. Fand ich immer am coolsten. Der hat nicht rumgenervt so wie dieses olle Dreihorn. Ich hatte nicht immer so viel Schiss wie dieser Flugsaurier. Aber... Da gab es doch noch alles. Hm. Littleford? Ja. Und den... Mit dem Akzent. Ach. Whatever. Whoever the hell that is. Was ist das denn da oben? Da hat er mich wieder an den... Sailor Wound Nerd. Ja. Angst! 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 Huh! Nein! Komm zurück! Ging schlecht. Das war richtig gut. Ich hab's ja früher auch genug geübt. Jetzt hab ich schon wieder denselben... Ah! So blöd! Schreibt bitte in die Comments, dass Anni nicht blöde ist. Ja, bis ich die lese, bzw. bis das hochgeladen wird, ist es eh schon zu spät. Für was? Weiß ich nicht, aber es ist eben zu spät. Um dich aufzubauen? Yes. Ach, für so etwas ist es nie zu spät. Wie, wie, wie? Komplimente kann man nicht genug kriegen. Ähm, ich nehme mal rechts. Du wolltest nur dieses olle Geräusche hören. Das Geräusch ist toll. Du wolltest wieder das Moon hören. Ja. Jetzt fliegt doch nicht mal in diesen ollen Wackelpudding. Aber dafür ist es da. Oder jetzt hänge ich irgendwie fest. So. Irgendwann lässt du den armen Yoshi abstraumpeln. Ja. Wie sie nicht mal ein schlechtes Gewissen hat. Wow. Yay. Ähm. Ein Leben. Oh. Schieß ein Ei. Nee, nee, nee. Ich leh' lieber ein. Ich leh' lieber ein. Was zum... Vorsicht. Ähm. So. Ich glaube, wenn du da alle Eier vorbeischießt, dann bist du im Eimer, oder? Ich glaube auch. Wobei, nee, es gab ja im vorigen Raum dann noch die Box. Was. Gilelelele. Ah, so. In der Mitte ist noch eine Rode Münze. Au. Uh. Ähm. Okay. Ey, wieso treffe ich ihn nicht? Au! Ey! Mein Baby! Mein Baby! Der Geist möchte auch eins haben. Mein Baby! Oje. Yoshi spielt wieder den sterrenden Schwan. Stirb! Lauf! Das Level ist wirklich einfach. Muss nur geradeaus laufen. Da hat wohl jemand die Treppe abgeschnitten. Ja, wer war denn das bloß? Kannst ja nur du gewesen sein. Der Treppenschneider. Und wer hat die Federmausse eingeladen? Kannst ja nur du gewesen sein. Oh! 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 Ist da noch was? Oh! Hiebe! Du musst bald da sein, oder? Ja! Verdammt! Losgelassen! Jetzt ist Yoshi ein Nagelbett. Yoshi ist kein gutes Nagelbett. Ein genagelter. Nageln, das ist irgendwie so eine umgangssprachliche, wienerische Phase für Vögel. Ja. Das kennt man nicht nur in Wien so. Verstehe. Deutsche haben auch ein bisschen Eloquenz, wenn sie nicht gerade gesoffen haben. Eloquenz. Sie haben auch das ein oder andere Sprichwort. Oder hat zweideutige Bedeutung. Ach. So. Das macht Spaß. Kennt man auch bei euch den Ausdruck jemanden bürsten? Nee. Nichts. Nichts. Nicht in einem anderen Sinne als dem herkömmlichen. Nichts. So, noch ein bisschen. So. 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 Gerade deine Augenbrauen. Und deine Stirn. Oh oh. Spring! Huh. Oh shit. Das ist alles für ein paar Münzen. Da oben ist nur eine rote Münze. Egal. Oh. Oh. Be careful. Yeah. Hell yeah. Oh. Hey yeah. Oh je. Nein. Ah komm schon. Oh. Oh. Boah. Wie süß. Oh komm mal. Scheiße mein Herz. Mein Herz geht kaputt. Boah. Was schwingt der denn da? Er ist sehr Schwinge. Der schwingt sein Ding. Ja. Ein Swinger. Kann mich nicht. Ich hab... Oh ja. Gut. Niu. 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 Fressin. Fressin? Kennst du nicht Fressin? Ich kenn nur Toilette und Klo tragen. Toilettenpapier. Ja. Ja. Das bräuchte ich jetzt. Genau.